Musik 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 Weil es ist ganz schön und gut, dass der Pastor über diesen alten Mann spricht, der hier auf die Bühne kommt. Also ein bisschen Deutsch verstehe ich ja auch. Deswegen habe ich beschlossen, ich werde euch heute Abend mal was zeigen. Weil gestern Abend habe ich ja gesagt, ich kann euch beweisen, dass ich jünger bin als ihr. Und ihr seid Deutsche. Und ihr habt vielleicht gesagt, nee, das schaffst du nicht. Ich schaff's. Und ich werde es tun. Aus der Bibel. All right? Also, was sagt die Bibel? In Joel, Kapitel 2. I don't need to open my Bible, I know this bit. Da spricht der Prophet. Da sagt einfach das Wort Gottes ganz klar, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf, na sogar Deutschland. Und natürlich auf die Engländer auch. Und dann was steht dann noch? Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure jungen Männer werden Visionen haben. Und die alten Männer werden Träume haben. Also, gemäß der Bibel. Ich kann ganz genau sagen, wie alt ihr seid. Und dann gucke ich mir den Pastor an. Dann gucke ich mir die Damen an. Und dann schaue ich mir all die jungen Leute an. Und ich weiß ganz genau, wie alt ihr seid. Weil da steht, junge Männer haben Visionen. Und die alten Männer, die träumen einfach nur. Und dann gucke ich mir manche von euch jungen Leuten an. Ihr träumt bloß. Ihr träumt von eurer Zukunft. Oder ihr träumt von der Uni. Ihr träumt, wie euer Leben wohl wird. Komm, werdet endlich mal real. Seid doch keine alten Männer. Seid doch keine alten Männer. Sondern, ja, träumen. Young men have got a vision. Hey, junge Männer haben Visionen. Ja, and I can still prove I'm younger than you are. Also, ich kann immer noch beweisen, dass ich jünger bin als ihr. Because even if your pastor says, oh, I've got a vision. And some of you young people, you say, I've got a vision. I want to tell you, my vision is bigger than yours. My vision is bigger than yours. And I'm younger than you are. Stop dreaming. Get a vision. And get with God. Amen. Und ich werde dir verraten, was meine Vision ist. Als ich noch jung war, da wuchs ich in einem christlichen Elternhaus auf. Mein Vater war ein großartiger Prediger. Aber mehr als das. Er hat sich in der Erweckung in Wales bekehrt. Und er war dabei, als er die erste Ausgießung des Heiligen Geistes kam. Er war ein großer Mann Gottes. Und mein ältester Bruder. Da hat Gott ihn als Missionar nach Indien berufen. Meine Schwester. Gott hat sie nach Afrika als Missionarin berufen. Und dann haben sie alle auf mich geguckt. Hey, du bist der Jüngste. Wo gehst du denn hin? Nein, damals habe ich nicht gesagt Deutschland oder Russland. Aber was ich gesehen habe, ganz am Anfang, was ich da gesehen habe, war eine Vision von Europa. Und das Erstaunliche dabei ist, dass Gott mich auf den Kontinent berufen hat, der am allerwenigsten weltweit evangelisiert ist. Europa. Und seit fast 70 Jahren jetzt, fast 70 Jahren, habe ich diese wunderbare Vision von dem, was Gott in Europa tun kann. Und was jetzt passiert, ist die Erfüllung dieser Vision. Und ich habe noch niemanden getroffen, der diese gleiche Art und Vision hat. Eine Vision der Kraft Gottes in Europa. Ich habe die Vision gesehen, wie Gott sich in Russland bewegt. Und Gott hat die Vision erfüllt. Weit über meine Erwartungen hinaus. Und um dir zu zeigen, wie stark das ist. Und ich habe in der Zeit des Kalten Krieges angefangen, in der Sowjetunion zu arbeiten. Und seit 53 Jahren arbeite ich in Russland. Das war so ganz Anfang der 60er Jahre. Aber Gott hat mir diese starke Vision gegeben. Er hat mir gezeigt, dass der eiserne Vorhang fallen würde. Und er hat mir gezeigt, dass der Heilige Geist sich über ganz Europa ausbrechen würde. Und ich sehe die Erfüllung dieser Vision. Aber die Vision wird immer größer. You see, many people read in the Bible that God is always the same. Dass Gott immer der gleiche ist. Er verändert sich nicht. Er ist immer der gleiche. Aber mein Gott ist gar nicht so. Weißt du, was ich erlebt habe? Jeden Tag, an dem ich lege. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Gott ist größer, als er am Tag vorher war. Und weißt du, er tut größere Worte. Er hört mehr Gebet. Er zeigt seine Macht. Und was ich sehe, ist keine Finsternis in Europa. Ich sehe nicht die Sünde. Ich sehe nicht die Probleme. Ich sehe die Heiligkeit Gottes. Ich sehe die Macht Gottes. Ich sehe hunderttausende, die sich bekehren. Und ich glaube, dass in ein paar Monaten im September wir in Polen sein werden. Und dass ich dort den größten Menschenansammlungen predigen werde, die je da zusammengekommen sind. Und das ist nur der Anfang. Weil ich verstehe das noch nicht. Aber alles, was ich weiß, ist das jeden Tag, wenn ich aufstehe. Gott ist irgendwie über Nacht plötzlich größer geworden. Und er hat den nächsten Tag noch größer. Ich dachte, dass er schon ziemlich groß ist, als ich gestern hierher kam. Aber heute ist er größer als je zuvor. Und dann plötzlich bin ich aufgewacht. Und dann habe ich die Wahrheit entdeckt. Gott hat sich gar nicht verändert. Oh, habe ich euch jetzt enttäuscht? Gott hat sich eigentlich in Wirklichkeit gar nicht verändert. Ich habe mich verändert. Ich habe mich verändert. Denn obwohl ich gestern die Größe der Herrlichkeit Gottes gesehen habe. Und wisst ihr, wenn ich euch das nur erzählen könnte, wie groß und wie gewaltig Gott ist und wie man ihn erleben kann. Die Größe, die Herrlichkeit, die Macht. Es ist so wie an dem Tag im Gefängnis. Als der Himmel sich öffnete. Ich war schon einige Monate im Gefängnis gewesen. Und ich habe ja jeden Tag gebetet. Ich habe gebetet, endlich da rauszukommen. Aber nichts ist passiert. Ich habe gebetet, dass ich was zu essen bekomme. Es gab immer nur sehr wenig davon. Meine Familie haben mir Essenspakete geschickt. Aber die Gefängniswärter haben sie alle verspeist. Ich habe gebetet, dass ich meine Frau sehen könnte. Aber sie haben mir das Visum abgelehnt. Und dann wurde es letzten Endes so schwierig. Und ich erinnere mich noch an den einen Morgen. Da haben sie mich vor sechs Uhr früh aufgeweckt. Und dann haben sie mich gezwungen, auf einen Stuhl oder einen Schemel zu sitzen, wo Nägel drin waren. Und wenn du dir das vorstellen kannst. Wir mussten so auf einem Holzschemel sitzen. Aber da waren Nägel drin. Und zu dem Zeitpunkt war ich eh bloß noch Haut und Knochen. Da war nichts mehr an mir dran. Und es war sehr schmerzhaft. Und dann habe ich versucht zu beten. An dem Tag, da war ich so entmutigt. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich bete. Und dann habe ich gesagt, oh Herr, alles, worum ich dich gebetet habe, du beantwortest gar nichts. Ich sagte, oh Gott, ich bin eingesperrt in diesem Gefängnis. In diesem schmerzenden Gefängnis. Das ist so ein widerliches, stinkendes Gefängnis. Und ich durfte nicht mal raus aus meiner Zelle, um zu essen. Wenn es irgendwas zu essen gab, dann wurde es mir unter der Tür durchgeschoben. Wir durften nicht rausgehen, um aufs Klo zu gehen. Alles, was wir am Klo hatten, war irgendein Loch in der Ecke von der Zelle. Wir hatten keine Dusche. Nur vielleicht einmal alle zehn Tage. Das war unter so primitiven Bedingungen. Kannst du dir das vorstellen, wie es 24 Stunden am Tag eingesperrt ist? Manchmal noch nicht mal ein Fenster. Kein Tageslicht. In einem stinkenden Loch irgendwo da in der Ecke. Wir waren gezwungen, auf Stroh, auf kaltem Boden zu schlafen. Und dann gab es einen sehr kalten Winter. Und die Heizung wurde nur eine Stunde am Tag angestellt. Und wir hatten kaum was zu anziehen. Und das, was sie uns gaben, das war ganz zerrissen. Und manchmal haben sie uns gezwungen, nasse Kleidung anzuziehen. Es war wirklich primitiv. Es war hart. Und ich erinnere mich an diesen Morgen. Da habe ich gesagt, Herr, ich kann nicht beten. Du antwortest mir eh nicht. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn du nicht mehr da bist, dann lass mich sterben. Warum soll ich in diesem stinkenden Gefängnis bleiben? Lass mich sterben. Und als ich da saß, und ich so rebellisch war, und ich sagte, Herr, ich kann nicht beten, da habe ich mich erinnert, dass die Jünger zu Jesus kamen. Und sie haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Und das letzte Gebet, was ich so im Gefängnis beten wollte, Oh Gott, lehre mich, wie ich beten kann. Aber was war die Antwort Jesu? Und er sagte, wenn ihr betet, dann sagt Vater unser. Ihr kennt es, oder? Also, ich bin ja in der Schule groß geworden, da mussten alle Jungs das jeden Morgen beten. Und dann haben sie aber die Worte leicht verändert. Und ich habe gedacht, also dieses Gebet will ich nie wieder sagen. Aber an diesem Morgen habe ich angefangen, das zu beten, habe gebetet, unser Vater. Aber ich war so rebellisch dabei. Aber dann habe ich gesagt, wie soll ich denn unser Vater sagen? Das ist ja der Plural, damit ist ja mehr als einer notwendig. Und ich bin ganz allein hier. Da waren keine Christen. Niemand, mit dem ich reden konnte. Keine Bibel. Und dann habe ich gesagt, wie kann ich denn dieses sagen, unser Vater? Ich bin ganz allein. Verstehst du denn das nicht? Aber dann kam ich da zur nächsten Stelle. Vater. Aber wie kannst du das verstehen? Aber dann plötzlich kamen, nicht unser Vater, sondern mein Vater. Und ganz plötzlich habe ich verstanden. Gott ist mein Vater. Kein weit entfernt. Nicht irgendwo weit im Himmel. Nicht irgendwo weit weg auf dem goldenen Thronen. Umgeben von lauter Engeln. Er ist mein Vater. Er ist mein Vater. Er ist mein Vater. Aber dann kam ich an die nächste Stelle. Der, du bist im Himmel. Aber ich war immer noch rebellisch. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast gut drin, du bist doch oben im Himmel. Ich weiß, wie der Himmel ist. Er ist voll mit Engeln. Er ist voll mit Musik. Ich sehe die ganze Heiligkeit. Aber ich sitze in dieser stinkenden Zelle. Ich bin hier in der Hölle. Und weißt du, es gibt eine Sache, die habe ich mit diesem Gefängnis gelernt. Und das ist ein Grund, weshalb ich das Evangelium mit so viel Leidenschaft predige. Wenn die Hölle schlimmer ist als dieses Gefängnis, Gott helpt euch. Wenn du Jesus nicht hast. Wenn du Jesus nicht hast. Da sagt die Bibel, wenn du stirbst, dann ist es nicht das Ende, sondern es ist der Anfang. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und entweder schaffst du in die Hölle. Oder du kommst in die Hölle. Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn die Hölle schlimmer ist als das hier, dann möchte ich die Menschen aus der Hölle retten. Und dann kam ich an die nächste Stelle. Und im Deutschen ist es ein bisschen anders. Aber im Englischen steht da, geheiligt werde dein Name. Also vielleicht kann ich einen Doktor der Theologie haben. Aber das habe ich nie wirklich verstanden. Und dann dort mitten im Gefängnis habe ich gesagt, Herr, was heißt das denn? Und dann hat Gott gesagt, das ist der Ort, an dem du anfängst, mich zu ehren. Ich meine, guck, hier kannst du Gott preisen und ehren. Aber ihr lebt in einem der wohlständigsten Länder auf der ganzen Welt. Ihr lebt im Luxus. Ihr seid hier in einer wunderschönen Gemeinde. Da ist es so einfach, Gott haben zu wenden. Du bist von Musik umgegangen. Von Chöre, Tänzern. Von Leuten. Aber ich war ganz alleine in dieser stinkenden Hölle. Wie soll ich da Gott preisen? Und ich war so rebellisch. Ich habe versucht, Gott zu preisen. Kannst du dir das vorstellen, Pastor? Mit meinen zusammengebischenen Zähnen. Ich war so, praise den Herrn. Praise den Herrn. Was noch? Ich war allein. Aber weißt du, als ich anfing zu sprechen, und ich gesagt habe, preis den Herrn. Da ist plötzlich das Wunder geschehen. Es war, als ob plötzlich das ganze Dach vom Gefängnis wegfliegt. Ich konnte über das Gefängnis hinaussehen. Und zum allerersten Mal in meinem Leben konnte ich direkt in den Himmel schauen. Und ich sah die Herrlichkeit Gottes. Ich konnte die Engel hören. Da war Musik. Da war Singen. Ich war im Himmel. Und ich konnte die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich konnte die Herrlichkeit Gottes sehen. Oh, ich bin aufgesprungen. Und dann bin ich in dieser Zelle im Vierk gesprungen. Und ich habe gesungen, so laut ich konnte. Und dann singt meine Seele Du bist mein Retter Gott. Wie groß du bist. Oh Gott, wie groß du bist. Und in dem Augenblick habe ich mehr an der Herrlichkeit Gottes erlebt. Als ich glaube, dass irgendein lebendiger Mensch sonst erleben konnte, was ich erlebte. Es war die ganze Kraft Gottes, die mitten in diese Gefängniszelle kam. Ein brennendes Licht aus dem Himmel. Musik, Anbetung. Oh, es war herrlich. Wow. Und das war im Gefängnis. Aber es hat mein Leben verändert. Er hat mein Leben verändert. Von dem Augenblick an hat Gott angefangen, jedes meiner Gebete zu erhören. Und alles hat angefangen, sich zu verändern. Und natürlich wisst ihr, dass Gott mir vorher schon gesagt hatte, an welchem Tag ich freigelassen werden würde. Er hat es mir sechs Monate vorher schon gesagt. Gott hat mir genau gezeigt, was passieren würde. Er hat mir den Tag gesagt, wenn ich rauskommen würde. Und er hat mir sogar gezeigt, was ich an dem Tag tun würde. Er hat mir gezeigt, dass ich an Ostern aus dem Gefängnis frei wäre. Und dass ich in der größten Halle von ganz London stehen würde, das Evangelium zu predigen. Und das ist wunderbar. Ich habe gesagt, Gott, das reicht mir aber nicht. Mein Geburtstag ist schließlich vier Tage vor Ostern. Ich wäre gern zu meinem Geburtstag zu Hause. Und das Wunder, weil in der Zwischenzeit habe ich eine Bibel bekommen. Ich habe euch ja gestern Abend schon gesagt, ich bin ein professioneller Schmuggler. Wenn es mir gelungen war, hunderte von Tonnen von Bibeln nach Russland reinzuschmuggeln, dann wäre es mit Sicherheit möglich, eine in meine Gefängniszelle zu schmuggeln. Also so da zwischen diesen 6.000 Männern, da war ich der Einzige, der eine Bibel hatte. Und Gott hat zu mir gesprochen durch die Bibel. Er hat diese Vision bestätigt. Das war kein Traum. Es ist kein Traum. So alt bin ich nämlich noch gar nicht. Es war eine Vision. Und sechs Monate später wurde ich aus diesem Gefängnis entlassen, an meinem Geburtstag, durch den britischen Premierminister, der extra herein geflogen kam, um mich abzuholen und mich nach Haus zu bringen. Und weil das ja alles im Fernsehen kam und in den Zeitungen und das ist jetzt immerhin vor 42 Jahren gewesen, und was dann passiert ist, war das Folgende. Weil es so einen Rummel gab da drüben, haben sie mich dann eingeladen, in der Royal Albert Hall in London zu sprechen. An Ostern. Und das ist genau, was Gott mir vorher gezeigt hatte. Aber weißt du genau, aus dem Grund erzähle ich dir was von Visionen. Junge Leute, da ist die ganze Welt zwischen der Tatsache, ob du träumst oder eine Vision hast. Mit einer Vision, da stehst du auf und tust es. Mit einer Vision, das ist von Gott. Das ist die Kraft Gottes. Und ich hatte sowohl eine Vision vom Himmel und die Vision dessen, was Gott in meinem Leben tun würde. Und die Vision war, dass er mich an einem bestimmten Tag aus dem Gefängnis holen würde. Und ich möchte euch was sagen über meinen Gott. Das, was er sagt, das tut er auch. Und wenn dieser Mann Balak in der Bibel war und er versuchte, Biliam dazu zu bewegen, Israel zu verfluchen, hat ihm viel Geld dafür bezahlt, hat viel geopfert und dann hat er gesagt, guck mal, Biliam, ich bezahle dir ein hohes Verstechungsgeld, ja, aber verfluche mir nur Israel. Verfluche Israel. Und Biliam sagt, Wen Gott gesegnet hat, kann kein Mensch verfluchen. Halleluja. Und ich möchte dir was über dich sagen. Wenn Gott dein Leben berührt, wenn Gott dein Leben segnet, dann kann niemand dich verfluchen. Alle Teufel der Hölle können dich nicht verfluchen. Halleluja. Und der Teufel kann Israel auch nicht verfluchen. Danke, by the way, für die Programme. Aber ich möchte Sie wissen, mehr von dem Hintergrund und so habe ich geschrieben, ein Buch. Ich lebe bei Faith. Und was ich mache, ich mache bei Faith. Und ich möchte Ihnen, in dieser littleen Buchle, wie Ihr Faith wird funktionieren. Faith wird funktionieren. Faith ist etwas praktisches. Es ist nicht abstrakt. Faith ist das praktische, was Gott uns教en. Und so, ich möchte Ihnen, ich sage Ihnen, das Buch, ich bin ein Sailor, und ich bin in fronten der See, in der Mediterranean, ich bin in Israel. Was ein Ort, was ich zu sprechen, über Faith. Weil Jesus war ein Mann, er hat, er hat, er hat, und ich möchte, zu Ihnen, das mit Ihnen. Und so, in dieser Buch, es will teach you, wie zu machen, Ihr Faith wird. Ich will send es Ihnen, free. Just send, ein Gift, however small, write zu mir, und die Buch ist yours, und es wird machen Ihre Faith work. Das ist Prophetic Vision. Es ist die größte Prophetic magazine in Europa, heute. Es ist read bei fast half a million people in 132 countries around the world. Send für es free, und dass Gott show you die Path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, is that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message, on this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program. to watch this program. to watch this program. To watch this program, shout out to And I'll see you at the time. Bye. Bye. Bye.